Christmas Wisdom Christmas Wisdom ist unser Abschlussprojekt im Rahmen des SAE-Instituts Stuttgart. Es geht darum um Steve, einen jungen Erwachsenen, der in seinen Ängsten gefangen ist, die es ihm nicht mehr ermöglichen, ein normales Leben in seinem Alter zu führen. Das äußert sich besonders darin, dass er panische Angst vor Weihnachten hat, was ja eigentlich im Allgemeinen als das Fest der Freude gilt, was für ihn aber wohl eher das Fest der Furcht ist. Er hat besonders Angst davor, dass der Weihnachtsmann ihn und die Menschheit für ihre Sünden bestrafen wird. In einer schicksalsvollen Weihnachtsnacht vernimmt er dann mysteriöse Geräusche aus dem Wohnzimmer und entschließt sich dazu, sich seinen inneren Dämonen zu stellen. Als er dann bemerkt, welche seiner Vorstellungen am Ende der Wahrheit entsprachen und welche nicht, entfernt er sich von seinem emotionalen Gefängnis und beginnt neue Erkenntnisse über das Leben zu sammeln. In Christmas Risto wollen wir Weihnachten ein anderes Licht leben und somit einen unkonventionellen Film kreieren, welcher vor allem Themen aufgreift, die sich andere Weihnachtsfilme normalerweise nicht trauen. Beinhalten wird der Film auch eine Menge Weihnachtszauber, aber eben aus einer anderen Sichtweise. Deswegen freut sich auch unser Team schon, gewaltig diesen Film zu gestalten und zwar mit ihrer Hilfe. Um unseren Abschlussfilm zu verwirklichen, brauchen wir eure Unterstützung. Wir möchten das Catering, den Transport und die Schauspieler mitsamt ihre Unterkunft finanzieren. Hierzu kommen noch Kosten für die Location, die Maske und die Ausstattung. Nach dem Dreh wird auch Geld für die Postproduktion und die Anmeldung für Festivals benötigt. Und von daher freuen wir uns über jeden Euro, der zusammenkommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017